hey leute und willkommen zurück zu dragon ball legends endlich das update ist da und was sehen wir hier wo bruder sieht das gut aus jetzt mal ernsthaft oder ich habe noch nie so ein schönes gruppenbild in dragon ball legends gesehen und ich spiele das spiel seit über vier jahren ich weiß also wie viel sie schon geändert hat in der zwischenzeit in dem wir unsere teams sehen konnten also da ist schon ordentlich was passiert wenn ich mir das ganze von vor vier jahren angucke wenn ihr euch eins meiner ersten videos anguckt mal dann wisst ihr wie das ganze damals ausgesehen hat und wir sind echt viele schritte durchgegangen bis wir jetzt bei diesem bild ankommen und ich muss ehrlich sagen das ist das schönste was wir bisher hatten ich bin so feine ihr seht es bei einem normalen sparking glieder es ist ganz normal der name hinter ihm und bei dem legends limited lieder hat sogar diese legend limited gelben banner aber das sieht so geil aus und dass man auch das artwork mal größer sieht oder so sieht kann man sogar ganz cool aus okay auch wunderschön auch mit dem hintergrund sehr sehr fein weil uweiz in kai erweckt wird hier auch hervorgehoben durch das gold im hintergrund wow okay das ist schöne seht ihr hier 21 ist nicht kai erweckt die rote kein hintergrund hier hintergrund ah ja 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 10 kai erweckt der legends limited doppelgold ach ja ich finde es ganz geil ich finde es ganz geil muss ich so sagen und angeblich man hier drauf drückt kriegt man infofenster auf gruppe bearbeiten ja genau bildet eine gruppe aus empfohlenen charakteren davon gibt es ein sternchen symbol hat man sich vorher auch schon ich versuche mal autor gruppe nee das war was anderes wo ist das empfohlene sternchen jetzt hin verschwunden filter auch nicht ich bin natürlich mal wieder blind wie immer ach hier da ist das sternchen empfohlen der jeweilige charakter was am besten dazu gehört empfohlene charaktere werden nach ihrem entwicklungsstand angezeigt okay wenn ihr euch jetzt fragt wo hast du den sel her in legends limited den lilanen den habe ich neu wenn ich erzähle hier auswählen wird er mir nur angezeigt jetzt hier mache schlägt mit dem freezer vor okay das ist schon interessant und sollte man sich auf jeden fall mal angucken ruhe details und dann sehe ich ihnen das schon das schon eine geile sache bisschen kompliziert muss ich sagen als die autorgruppe an sich aber eine geile sache auch dieses empfohlen ding sie finde ich geil und was ich auch genau was ich auch unbedingt sehen wollte ist ein ultra charakter wie sieht ein ultra charakter so aus wenn man diesen ähm hintergrund hat Wow okay Ultra sieht ultra krank aus Warte guck mal bitte jetzt habe ich einen ultra charakter als leader und das sieht so krank aus Scheiße ist das geil Ey ich dachte schon legends limited ist cool ich dachte senkai erweckt ist cool ich dachte die mischung aus senkai erweckt und legends limited ist cool Ne Ultra sieht ja so geil aus Fuck Okay das ist mein highlight des heutigen updates Ähm es wird bestimmt einiges versteckt sein im code was jetzt so noch neu ist und so weiter Ich bin mir auch gerade nicht sicher ob bei abenteuern immer schon dabei stand dass ich derzeit 14 von 100 abenteuern habe Ich glaube das ist neu an mir so arsch warm Dann haben wir im shop auf jeden fall auch noch was neues aber dieses feature mit der gruppe hat mich schon mal sehr begeistert Eure meinung in die kommentare Wir können jeden tag Einen kostenlosen gegenstand uns abholen Ihr habt die chance Wobei ich denke dass sie so klein sein wird Dass ihr unter anderem 600 teile für legends limited bekommen könnt Wcf Wir machen sie mal auf einmal pro tag gratis item 30 überspringungs tickets Toll ab damit in meine geschenkbox Ich brauche sie nicht was soll ich denn damit Aber ich habe immerhin überspringungs tickets bekommen Warum denn nicht tägliche mission abschluss belohnung Was war das Warum ist es weg Achso weil ich die gerade erfüllt habe oder was Hä Ich bin extrem verwirrt was das gerade war Hä Hat sich irgendwas geändert oder was Ne teamkampf täglich alles gleich Was war das denn gerade Was ist da aufgeläuchtet ich habe keine ahnung Auf jeden fall wir haben jetzt neu diesen Gegenstand im shop Apropos shop da gibt es auch noch was Neues was mich jetzt Das prinzipiell ist nicht schlecht Aber jetzt aktuell überzeugt es mich nicht Und zwar ein legends premium missionen pack Das kann man nur ab heute Äh ja Ab heute kaufen bis 25.05. Also natürlich bevor Das vierte jubiläum kommt Wenn man diese mission sich holt Kostet 3000 zeitkristalle Darin findet ihr 600 Z kraft für legends limited 600 für eine sparking Und 600 für eine extreme Das heißt du hast mit diesem paket Sozusagen einen Wunsch legends limited pull Weil du kannst einen charakter mit Den stern nach oben bringen Hast eine sparking nach deiner wahl gezogen Hast extremes nach deiner wahl gezogen Hast 1000 energie 300 radiergummi 1000 freibässe Seelentausch mit deinem platinmünzen Es ist Es ist prinzipiell Nicht schlecht Aber nicht jetzt Vorm vierten jubiläum Leute lasst euch nicht Eure zeitkristalle aus der hosen tasche ziehen Jetzt kurz vor dem vierten jubiläum Das wollt ihr nicht Ihr wollt all eure zeitkristalle fürs vierte jubiläum Denn es kann sein Das zum beispiel Ultrainstincts von goku kommt Hä was wie Ja guck dir gerne mein news video an Was ich heute dazu hochgeladen habe Hier findet ihr übrigens Die legends premium mission Bei missionen Bei spezial Und hier könnt ihr sie auch kaufen Für 3000 zeitkristalle Wenn es jemand tun will Ich kann es halt echt nicht empfehlen Weil eben Wie gesagt Das vierte jubiläum In acht tagen stattfindet Das geht jetzt nicht Leute Das können wir nicht bringen Ich würde es echt nicht machen Aber wie gesagt Sonst haben wir gar nicht mal so viel neues Obwohl wir ein riesen update hatten Und das sogar verspätet Wieder mal zwei stunden Aber ich denke Das meiste Sehen wir nicht Das meiste Was heute in dieses update reingegangen ist Sehen wir nicht Denn es kommt erst irgendwann Beim vierten jubiläum wahrscheinlich Apropos Wir könnten jetzt auch Das ganze spiel in spanisch spielen Wenn jemand will Kann er es sich Ab sofort auf spanisch umstellen El autobus es rojo Einfach auf spanisch umstellen Das ist neu Der premium pass ist neu Wie gesagt Und neu ist auf jeden fall Was ihr gerade gesehen habt Dass wir eine kiste kostenlos aufmachen können Jeden tag einmal Dass die gruppen jetzt anders aussehen Das muss ich mal ein bisschen angucken Mit diesen empfohlenen sachen dazu Ich muss es mir nochmal angucken Vielleicht ist es ganz geil Aber ich weiß es noch nicht so recht Ob mir das empfohlene so gefällt Es sieht auf jeden fall wunderschön aus Wie es sehen könnte nochmal Mega mega geil Ähm Es ist aber noch angenehmer Spielerlebnis Äh Da bin ich auch mal gespannt Wie das ganze sein wird Ob wir das durchlesen hier Äh 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 Ich weiß ja nicht Ich weiß ja nicht Ob das alles so geil ist Wir lassen das ganze erstmal sein Ist jeder für im Fall Kann sich ruhig durchlesen Im spiel sowieso Ich werde jetzt auch nicht alles davon eingehen Aber ich finde es ganz geil Dass mal wieder ein update kam Dass es ein riesen update ist Es war auch echt groß In den megabytes bei mir nämlich Und ich bin so gespannt Was jetzt schlussendlich Wirklich zum vierten jubiläum kommen wird Wenn es ultra instinct wird Ich werde versuchen ihn zu ziehen Bin aber nicht so happy Weil ich gern was neues hätte Wie gesagt einen neuen charakter Wie Demigra Miratuba Was auch immer Aber nicht schon wieder an Goku Äh Das ist aber etwas was mich ein bisschen Äh stört Äh Was sollst du machen Da steckst du nicht drin Vielleicht ziehen wir noch eine 20-Zeit-Kristalle Sparking So wie ich gestern Ihr könnt es in meiner YouTube-Story sehen Oder meiner Instagram-Story Einfach mit 20-Zeit-Kristallen In der Legends-Limited gezogen Kannst dir keiner mehr zählen Und auch noch eine neue Die war für mich neu Auf jeden Fall ja Ihr seht es neu Wie gesagt Im Shop das Item jeden Tag einmal abholen Das mit den Charakteren Sieht ganz cool aus Sollte man sich mal genauer angucken Ob man da jetzt ab sofort Für sich selbst ein besseres Eigenes Team findet Ne Das mit den Ultra-Charakters So der Overhammer Das sieht so geil aus Und Hebt das irgendwie auf ein neues Level Als wären wir jetzt plötzlich In 20-22 Wisst ihr wie ich meine Es sieht nicht mehr aus wie 20-10 Sondern es ist Das ist schon eine grafische Und optische Aufwertung Der ganzen Teams Kann ich überhaupt nicht meckern Aber ja Was sagt ihr zum Mini-Update Ähm Und Ja Was sagt ihr zu so einem Goku Ich bin gespannt Leute lasst mich wissen in den Kommentaren Bruder, Schwester was geht raus Vergesst zu abonnieren Und Ciao 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 Ciao